Musik Sieht interessant aus, ne? Ja, das ist Schönebeck, unsere Heimat. Wenn Sie Gast sind von unserer schönen Stadt, vielleicht haben Sie Interesse, würde Sie gerne begleiten. Ein paar Höhepunkte zu zeigen, hier an der Elbe, Rengheiligtum, Salzblume. So viele Schönigkeiten auch in der Umgebung zu entdecken. Sagen Sie mir Bescheid und wir machen eine kleine Tour, soweit Sie, wie Sie können. Kein Problem, irgendwie werden wir einen Weg finden. Ja, okay, also mein Name ist Hans-Jürgen Wolf, alles andere finden Sie auf den Zettel. Also dann, bis dann, tschüss, ciao. Musik 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 Untertitelung. BR 2018